Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Äh, wo komm ich denn hin? Wartest du mal auf... Ich dachte, du wartest auf... Du wolltest geballern! Wo fährst du denn rum? Ich seh ja gar nicht, wie du da langgegangen bist. Warum muss ich immer deinen Arsch retten? Pass auf, Granate! Gott, ey, warum kann man die nicht einfach so wegballern? Scheiß Spaß, die ist, ey. Alter, da ist schon wieder so ein Bett als Affe. Ich hab's gleich, passt schon. Na super, alle Munition leer. Wie gut, dass ich noch da bin. Oh Gott, dreimal Hand vorbei, ey. Ich brauche Muni, mach auf hier. Was soll der Scheiß, was ist das denn? Schilde. Wow. Was denn, wo denn? Au, wow. Au. Hippe, Hippe, ich kack' gleich ab. Ich hab's ja, das war's. Ich schiebe irgendwas ab. Ja, nur was? Irgendetwas. Ja, den Kopf hat er sich abgenommen. Naja, das wird nix. BAM, BABY. Äh, ich steh neben dir. Das wird wieder, das wird wieder. Und dann geh erstmal irgendwo in Deckung jetzt. Gott, ey. Nein. Sechs, sechs, nein, 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 nein. Oh, sechs Leben nur noch. Finde ich, das wär auch mal Zeit, auch, find's nicht auf, es wär mal Zeit für Heilung, die wir mitnehmen dürfen. Was? Wo ist dieser Scheiß-Flugzeug-Spaß? Leck mich am Arsch, noch ein Goliath, ey. Oh, nee, echt jetzt? Moin, das ist ja ja da vorne. Ich hab' ihn aber gleich. Das muss wehgetan haben. Ja, die ist. Na toll. Da kommen auch noch mal wieder welche. Warte mal, Amme. Ich muss mal ganz schnell meine Pantwürme nehmen. Nee, ey. Wo denn, wo denn? Lass liegen. Ich guck mal, kann ich irgendwen abschießen? Dann wieder ab ins Haus. Also, ich hab' jetzt das Ding da. Du musst mir ein bisschen rückenverhalten, weil dann schieß' ich den hier nicht damit ab. Guter Plan, aber sind zwei draußen. Ah, na super. Ich trau' mich nicht hier, weil wenn das am Haus bleibt, hängen bleibt, dann sind wir beide dran. Meine Fresse, ey. Kann ich den hier irgendwie ablenken, so? Mist, Mann. Ja. Einmal hab' ich. Einer ist hinüber? Ja, ja. Fast. Nee, nicht hinüber, aber einer hab' ich die Hälfte neben weggezogen. Hm. Aber, wo ist er? Da kommt er, hinter uns? Schau' uns? Ja, nein. Vorsicht. Ich geh' mal kurz ins Auto und jagd jetzt in die Luft, die Affen. Ja, das. Yeah. Sehr schön. Yeah. Ja, das gehört's aber zur Aufgabe hinzu. Ja, das dachte ich mir fast. So. Hm. Wo ist der? Ich hab' ihn schon. Das weiß. Sehr schön. Badass-Affen, ey. Huh, das war geil, oder? Das war nicht geil, die hab' mich voll genervt. Was haben wir hier schönes? Mh, nö, 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 nö. Phantasia landiert hier im Wild-Western-Dings. Was geht denn bei dem da ab? Ja, ich seh' wie der rasend ist, der Zwerg wohl ja da. Was ist denn bei dem los? Kleiner Mann, große Schmerzen. Scheiße, schieße, Nick. Gut. Was sind die denn? Hm, oh, was ist das denn? Guck, guck, guck. Warte, warte, warte. Bitte lächeln. Ist der Nagel noch dran, ey. Wahrscheinlich ich eh nicht. Na, komm, steh auf. Er lebt noch, ich hab auch keine Muni mehr. Tja, dann bleibt das wohl leider, leider an mir hing. Boah, ich hätte ihn doch getroffen. Wo ist denn das doofe Ding? Wahrscheinlich unter uns, Mann, Chef. Jep, ich hab's gefunden. Dann... Oh. Nimm die Volli-Bälle drauf und nimm Benzin-Kanister mit. Oh nein. Geht schon wieder los. Gern geschehen, lieber Copter. Komm schon, lad nach. Komm, 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 komm. Na komm, Baby. Na komm, hast du Angst? Ist das mal plötzlich schüchtern? Da, er kommt runter. Nee, das ist, äh... Der fliegt einfach überall gegen. Jetzt hängt er auch noch fest. Ach, scheiße, jetzt hab ich... Bam! Oh, jetzt hast du natürlich in die nächste Menschenmenge reingerannt. Und scheutig auch, ihr Mansen. Okay. Okay. Wow, Beute-Schulke-Goliert. Shit, ich hab keine Monie mehr. Warum kannst du mit dem, wenn wir hier ein härteres Problem grad haben? Hä? Wir haben grad ein schwierigeres Problem mit dem scheiß Piloten da oben. Ich hab da schon einen. Oh, 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 oh. Das war's. Oh, toll. Und jetzt ist hier nur Geld drin? Wo bist du denn? Da hinten. Oh, oh. Die Schulke-Goliert kommt auf dich zu. Komm, 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 komm. Und weg hier. Ich renn mal hier das Haus. Hat der grad... Der grad starbhaft gesehen? Wow. Shit. Mann, ah, scheiße. Vorsicht. Keine Moni. Ah, das war's. Mist. Ich kann ihn nicht aufheben. Keine Moni. Nee, bitte nicht springen, bitte nicht springen. Mann, scheiße. Schnell zusammen. Ich hab nur halt nur noch viel Geldbar-Moni. Fuck. Nein. Du Bastard. That is broken. Mist. Der hat uns zerholzt. Blöder Penner. Nur weil dieses Scheiß-Helikopter da auch noch rumgeführt ist. Wollen wir zuntern noch? Was, sind die bescheuert? Okay, passt. Ja, aber ich hab halt irgendwie, äh, keine Moni von dem Nix mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Ich frag mich grad, wie das funktionieren soll. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Na dann, komm. Kann ich den Platz haben? Nein. Dann lauf ich lieber. Ich habe das Gefühl, dass das ein klein wenig gesünder für mich ist. Ist mir egal. Ich krieg das schon hin. Siehst du? Ja, fast. Ich hätte gehofft, da wäre Moni, ist aber nicht. Ah, scheiße, doch, da komm ich auch vorbei, wenn ich hier langgehe. So, da sind die. Boah, ich mach den Scheiß-Ur-Wixer jetzt voll die Möbe heiß. So, bin da. Alter, was macht der denn? Alter. So, jetzt darfst du die Kiste aufmachen. Und wie? Warten und da irgendwo an der Seite drücken, wie du eine Kiste öffnest. Und was schön ist drin? Also, it better is. So, wo ist dieser Kack-Heli? Da. Da, hol mal die ganzen Grünen, weil ich bin voll. Tschö, Heli. Scheiße, 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 scheiße. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. So, was ist? Hol mal die ganzen Grünen, die da noch drin sind. Die können ich nicht mehr tragen. So, ich hatte die Schnauze voll. Jetzt sind die alle tot. Gott sei Dank. So, wo ist der nächste Volleyball? Irgendwo hier rechts. Da, wo du eigentlich schon aufgeräumt hast. Okay. Hoch. Wie kommen wir da hoch? Ich hab's geschafft. Ich hab's im Volleyball. So schön. Jetzt lass erstmal hier noch die Pisten ausmachen. Oh, geil. Oh, geil. Oh, 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 oh. Ein schöner Rekreten wäre fast da gefunden. Den nehme ich. Viel Spaß damit. Da, nimm du mal. Was weiß ich. Ja, jetzt haben wir die ganze Fest für Gegner gebraucht und Volleyballe. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Ich bin voll, glaube ich. Oh, hat der weniger? Was? Ja, dann Pech. Dann hat er weniger. Kannst du mir ergeben. Weil er hat fünf Magazingröße. Ich glaube, das ist besser, ne? Was hat der? Fünf Magazingröße. Also, der hat nicht viel weniger an Schaden. Feuerrad ist besser, Ladegeschwindigkeit ist besser. Boah. Probier mal halt den mal, ne? Mhm. So schön. Ich glaub, das war so ein kleiner Hin, dass wir das hätten hier, ähm, aufmachen sollen. Ich bin schon. Jetzt tränke ihr Volleyball. Hilf mir, traust auf und kauf dir die Wasser hier. Überraschung. Ich hab mich rausgeschmissen, weil sie ich schon Penner halten. Aber du, du müsst mir zeigen, dass ich geschirrisch. Das dürfte sie aufgeschleucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem Lama. Mann, ohnehin. Wah. Help. Wo bist du? Tot. Scheiße, das sind die Typen, die mich rausgeschmissen haben. Lexio? Ich komm schon, wenn ich hier nicht festhängen würde. Ich treff die fast nicht. Mann, wo hast du die Gegner denn hierher geholt? Weiß ich nicht, wie kann das ist. So, lass mal ein bisschen zurückziehen. Das sind zu viele auf einmal. Ah, toll. Warte. Passt schon, da ist einer. Hab ihn gleich. Was tat? Oh, wir haben es fertig. Gott sei Dank. Boah, die war krass, aber auch krass geil. So, jetzt müssen wir was machen. Erst mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, weil ich finde... Wir müssen nur zurück. Und ja, dann guck dich ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier sind und das da alles... Weil hier sind auch noch Gegner, die mich weggeballert haben. Der da. Ich brauche keine Uni mehr. Das ist der Traum. Ich würde sagen, das erste, was wir gleich für Schnellreise machen, ist ein Sanctuary und unsere Muni-Fächer noch mal ein bisschen erhöhen, ne? Die Granate kommt zurück. Kommst du klar? Ja, der ist tot. Sehr schön. Wir haben auch einiges an die Region, wir können uns eigentlich leisten. So, was haben wir denn jetzt hier schönes? Hier können wir auch noch ein bisschen guten Klo, mit Muni drin. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier vielleicht noch mal ein Ecorekorder ist oder so ist. Ja, weil wir müssten eigentlich in diesem Gebiet hier auch noch die Ecorekorder von Moxie finden, weil wie sie heißt. Ja, ne? Deswegen? Ja, das hier ist ja relativ groß. Das ist noch mal hier was zu finden. Die Kiste. Du hast eine Kiste gefunden. Oh, eine Sniper, oder? Ja. Wo ist... Guck mal, die ist da was für dich. Muss ich mal gucken, ich komme mal. Obwohl, ne. Die sind auch nicht so toll. Also, die ist schlechter als meine. Schlechter als deine? Ja. Na, gucken wir mal. Hä? Das ist doch kein Sniper. Echt nicht? Ah, doch, ist wohl eine. Aber die ist wirklich schlechter. Ja. Ich kann eh nichts mehr großartig tragen. Ich auch nicht. Was haben wir hier drin? Noch mehr Granatendinger. Egal, wird Zeit zurückzugehen. Ja, das scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. Und hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. So, ich nehme die Abkürzung, ja? Ja, ja. Aha, ich habe es geschafft. Ciao. Ciao. Aber noch so ein komisches Scheiß-Ding, ey. Das nervt. Aber sieh zu, dass du jetzt nicht verreckst. Okay. Ach, noch so ein Scheiß-Auto-Ding. Ich gehe jetzt hier rein. Kein Bock mehr. So. Ab in Ellys Garage. Du kannst dich zum anderen hin beortieren. Dann wärst du hier gewesen direkt. Ja, ich bin der meins. Ich bin der meins. Hallo. Da bist du wieder. So, erstmal die Nebenquest abgeben. Wo ist der Typ hin? Da. Du musst einfach select drücken, glaube ich. Dann zeig dir das auch an. Siehst du? Ja. Warte, scheiße. Ja. So. Ich habe deine Karriere fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Are you bereit? Nee, noch nicht. Bist du doch. Hallo, erstmal leben und mumi. Achso, wir mussten hier in so einen Kistenkasten liegen. Ach, da oben. Geh deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Das kann er nicht weg, ne? Sei vorsichtig da draußen. Ja, keine Ahnung. Hol Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Jederzeit wieder vorbei. Deine gute Wahl. Voraussichtlich. Du bist doch Organspender, oder? Danke für die Kohle. Keine Gewährleistung. Möge es dir helfen, viele Gegner zu tun. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Guckst du da, Herz, auf der Brust? So. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-or-Ride-System reinkriegen. Okay. Gehst du mir bei einer Sache zur Hand? Hast du diese Kühlerhaubenornamente gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben? Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Yo, Baby. Lightrunner. Okay, cool. Wir haben jetzt, das sind die Alten, das sind die Banditentechnical. Ja, aussehen. Ach, geil. Krass, wie geil. Mit den rotierenden Klingen. Ja, das ist cool. Wie krass. Na, hast du eins ausgesucht? Warte. Geh fürs Maraggengrün. Ja, liebe Leute, nun haben wir ein neues Auto. Juhu, wir können jetzt Scheiße bauen damit. Aua, was denn da ist los? Wo bist du denn? Naja, Brügel. Warte auf mich. Oh, ich kann schießen von hier. Ja. Kann ich aber, kannst du diese Raketendinger verwenden? Warte mal. Oh, ich kann wechseln. Warte, jetzt konnte ich nicht vermissen. Das hast du jetzt gedrückt. So, was ist jetzt? Was ist jetzt? Da ist eins. Bumm, war das dein Auto? Meine Mutter Moxie hat immer gesagt, ich müsste schlanker sein, damit Männer mich verachten. Das weiß man schon. Diese Jungs tun wirklich alles, damit ich ihnen Aufmerksamkeit schenke, trotz meiner Figur. Zwei Stück haben wir. Das erinnert mich irgendwie daran, warum ich überhaupt hierher kam. Ich habe eine Weile in Sanctuary gelebt, aber Moxie nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und abnehmen soll. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam her, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich das gut, dass ich in mich verknallt haben könnte. Was? Boah, was? Bitte. Aber ein ganz kleines bisschen. Moment, ist das gerade voll das Inzestgespräch? Alter. Haben wir nicht noch Baguette zum Ofen? Ja, die sind gerade fertig gepiepst. Ne? Du siehst, wir sind auch schon wieder 26 Minuten dran. Ja, also wir gehen uns mal wieder eine neue Karre machen und es geht in der nächsten Folge weiter. Jo. Mit Geboller. Geboller. Bis dahin. Volle Bollerheit. Bis gleich. Bis nächstes Mal. Ciao. 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 Musik Musik